Hallo und schön, dass du da bist. Ich habe heute einen kleinen Aufruf vor und zwar brauche ich deine Unterstützung. Zwei unterschiedliche Dinge schweben mir vor. Das erste gilt für jeden, der in Köln und in der Umgebung von Köln wohnt, also Köln und Nähe Köln. Wenn du einen Mustang hast und gerade irgendeinen Umbau planst oder gerade irgendeine Maßnahme hast, was auch immer es sein könnte oder irgendwas cooles über dein Auto erzählen möchtest, dann melde dich in den Kommentaren bei mir und wir koordinieren irgendwie ein bestimmtes Datum, wo wir uns vielleicht mal treffen oder sowas und ich vielleicht mit der Kamera dein Thema begleiten kann. Also wenn du gerade irgendwas gemacht hast, was auch immer, ein Spoiler angebaut oder sonst irgendetwas, wo du irgendwie denkst, hey, das ist etwas, was andere Mustampfade auch sehen sollten oder was sie interessieren könnte, melde dich einfach bei mir und dann komme ich dich besuchen und wir machen zusammen ein cooles kurzes Video, so dass alle wissen und sehen und verstehen, wie das eigentlich genau funktioniert, alles mit diesem Teil zum Beispiel im Spoiler. So, das ist der Aufruf Nummer 1 und ich hoffe echt, wenn ihr in Köln oder in der Umgebung von Köln wohnt, meldet euch einfach und von da aus sehen wir weiter. Ist vielleicht eine Chance, mehr Inhalte zu machen, weil ich an meinem eigenen Auto nicht so richtig viel mache. Aufruf Nummer 2 gilt für alle, ganz Deutschland, weltweit, egal wo ihr seid, wenn ihr einen Mustang habt und egal wo auf der ganzen Welt ihr seid, schreibt mir einfach, ob ihr gerade einen Umbau plant und vielleicht Lust habt oder die Möglichkeit habt, das Ganze selbst zu filmen. Und zwar ist es völlig egal, es muss keinerlei Ansprüchen genügen, von mir aus mit dem Smartphone oder sowas, einfach das Aufnehmen, wo ihr zeigt, wie das geht. So in etwa ein bisschen nach dem Schema, so wie ich das mit dem tagfällig gemacht habe, das Video dazu findet ihr hier oben in der Infokrachel. Könnt ihr euch da nochmal ansehen, das Video. Also so in der Art, also quasi einen kleinen Vorher-Nachher-Vergleich, ein paar Infos dazu, in welcher Reihenfolge man welche Schritte machen muss und dann halt der Abschluss des Einbaus. Weil ich mir dachte, vielleicht ist es ja eine Möglichkeit, wenn ihr denn Bock dazu haben solltet, dass der Kanal so eine Art Community werden könnte. Also dass ihr einfach die Videos mir zuschickt. Ich würde sie dann auch nachbearbeiten, was Farben angeht und was Schnitt angeht und und und. Also ihr müsst wirklich nur einfach das Smartphone durchlaufen lassen von mir aus bei dem, was ihr macht. Würde es dann hochladen und ihr habt dann die Möglichkeit, euch da mit den anderen Mustang-Fans, von denen es ja inzwischen reichlich gibt bei mir auf dem Kanal, auszutauschen und denen zu zeigen, wie sie die Fehler vermeiden können eventuell, die euch nicht passiert sind. Fände ich total cool. Ich habe da etwas mehr Inhalte, was mich sehr freuen würde. Ihr habt die Möglichkeit, irgendeine Sache, die ihr an eurem Auto gemacht habt und die ihr irgendwie an andere kommunizieren wollt, wo ihr vielleicht nicht so die Möglichkeiten habt mit YouTube und dem Ganzen und wenn man da was hochlädt, hat man vielleicht nur ein paar wenige Views oder sowas. Bei mir ist es inzwischen ein bisschen mehr und das könnt ihr gerne mitnutzen. Da kann auch ihr Name draufstehen und alles und ihr könnt dann da moderieren, wie ihr wollt, in den Kommentaren und das für euch nutzen quasi. Wir haben einen Vorschlag. Also deswegen nochmal zusammengefasst Vorschlag 1, Köln und Umgebung. Meldet euch bei mir. Ich würde einen Termin koordinieren mit euch und dann treffen wir uns und ich zeige, was ihr da macht. Möglichkeit B, ihr seid nicht in Köln oder Umgebung. Dann filmt einfach mal selbst, was ihr dann so macht und ich kann das dann bei jedem Kanal hochladen für euch und alle, die zuschauen, ihr Zuschauer profitiert untereinander davon und habt irgendwie noch häufiger und mehr coole Inhalte. Lass mich wissen, was ihr von der Idee haltet und ja, da bin ich mal gespannt, ob sich irgendwer meldet und was zu erzählen hat. Also alles in den Kommentaren, alles was danach kommt, können wir dann per Mail machen oder per WhatsApp oder wie auch immer. Das sehen wir dann von da aus weiter. Also jetzt schon nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.